Die große Herausforderung des Finanzplatz Schweiz sind, ich glaube, erstens im Umfeld der Dienstleistungsorientierung. Internationale Unternehmen finden in der Schweiz sehr gute Rahmenbedingungen, sowohl in Bezug auf rechtliche Stabilität, Steuern, aber auch Infrastruktur. Zweitens die Digitalisierung, natürlich Technologie, Innovation hat damit zu tun, dass die Industrie und das Finanzplatz wettbewerbsfähig bleiben kann. Und drittens natürlich die Idee, dass man hier nachhaltig entwickeln kann. SIX hat einerseits eine Funktion der Infrastruktur für uns, andererseits ist SIX im internationalen Umfeld aber auch so etwas wie eine Visitenkarte. SIX hat viel zur Stärke des Finanzplatzes beigetragen und wird noch sehr wichtig für die Zukunft sein. Wir brauchen eine einzigartige Infrastruktur und SIX ist in der Welt anerkannt. Es ist sehr spannend, bei SIX zu arbeiten. SIX ist eine sehr präzise Unternehmung, sehr divers, global aufgebaut, mit ganz vielen verschiedenen Nationalitäten, mit vielen Talenten. Wir sind sehr glücklich, mit SIX zu arbeiten, weil wir SIX als eine sehr open-minded Organisation erlebt haben, eine sehr innovativer Organisation, aber auch sehr tief in der Tradition. Wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen immer weitermachen. Wir wollen ein Vertrauenspartner sein von unseren Kunden. Der Finanzplatz Schweiz muss agil bleiben und SIX gehört zu dieser Attraktivität des schweizischen Finanzsektors. Ich glaube, mit SIX können wir uns noch viel weiter in der Welt entwickeln. Ich glaube, mit SIX können wir uns noch viel weiter in der Welt entwickeln.